Ich war davon überzeugt, dass die Festplatte kompatibel ist. Man ist ja davon sich überzeugt, wenn man es schon mal gemacht hat. Man kann natürlich auch kolossal falsch liegen. Ich gehe ins BIOS, wusste inzwischen, wo man die Datenträger findet und finde wieder bloß den ab Werk verbauten Western Digital Datenträger. Enttäuschung. Einen wunderschönen guten Abend alle miteinander. Zumindest ist es bei mir jetzt Abend. Und mir ist heute was passiert, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar geht es um eine Geschichte, um das Scheitern. Also genauer gesagt, es geht darum, ich wollte in ein Notebook, in ein Thinkpad E15 zweiter Generation, die SSD aufrüsten. Und ich selbst habe schon etliches an Erfahrungen, was PC aufbauen geht, PCs warten und reparieren und bin dementsprechend auch der Auffassung, ich traue mir das zu, an Notebooks Komponenten zu wechseln. Nun hat sich aber die Geschichte heute nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und nachdem es nicht immer nur darum gehen kann, dass doch alles toll ist und alles läuft, wollte ich einfach mal die Geschichte meiner Odyssee zum Wechseln einer internen SSD mit euch teilen. Also macht es euch bequem, holt euch ein Getränk und genießt ein bisschen, wie ich davon erzähle, wie furchtbar es sein kann, wenn es einfach nicht so läuft, wie es soll. So, fangen wir erst mal beim Anfang der Geschichte an. Wie im Intro bereits erwähnt, habe ich schon diverse PCs komplett zusammengestellt, zusammengebaut, zum Laufen gebracht, habe auch schon an etlichen Notebooks Komponenten ausgetauscht, habe auch schon Notebooks an sich repariert und heute war einfach nur das Ziel, in einem ThinkPad E15 2. Generation, das ist ein kleines mobiles Notebook, die SSD zu erweitern. Hier ist jetzt der folgende Fall, und zwar laut Hersteller hat er zwei NVMe PCI Express Slots, das sind so kleine Einschübe für die, denen das nichts sagt, ich blende euch das auch mal ein. Und da kann man eben die SSD reinstecken und eine davon ist ab Werk belegt mit einer 500GB SSD und ich wollte eben noch eine 1TB SSD mit einbauen. Nun hat das Ganze erst mal damit angefangen, dass ich ja heraussuchen musste, was passt denn dazu. Da war es aber schon recht aufschlussreich, wenn man mal auf der Herstellerseite schaut, was ich da gebraucht habe, das kann ich auch unten mal verlinken, dann auch, wenn es euch interessiert. Jedenfalls, Recherche ungefähr eine Stunde und da das Notebook nicht mir gehört, sondern es gehört meinen Eltern, musste ich es halt so uptimen, dass ich auch mal daheim bin. Und die Festplatte ungefähr im gleichen Zeitraum ankommt, damit für den Fall, dass irgendwas nicht funktioniert, man auch wieder was zurückschicken kann. Und gesagt, getan, bestellt, ich war daheim. Um die internen Komponenten zu tauschen, muss man bei den Thinkpads, da ist der Akku innen drin fest verbaut, erst mal im BIOS den Akku deaktivieren, das kann man alles in der Bedienungsanleitung nachlesen, hat auch soweit problemlos funktioniert. Dann kommt es aber daran, das Problem ist, also früher waren die Notebooks, ich sag mal, recht wartungsfreundlich, zumindest die Notebooks, die ich hatte. Da konnte man auf der Rückseite meistens, wenn man den Akku raus hat, ein oder zwei Schrauben aufschrauben, konnte dann eine Klappe rausnehmen und da ist man dann schön an eine Festplatte langgekommen zum Tauschen, zum Beispiel zum Vergrößern oder aber auch an den Arbeitsspeicher, um ihn entweder zu tauschen, wenn einer kaputt war, was selten vorkommt, aber durchaus vorkommt, oder aber einfach, um ihn zu erweitern. Also ich habe beispielsweise in dem Thinkpad, das ich nutze, regulär 16 GB Arbeitsspeicher gehabt und habe ihn dann auf 24 GB Arbeitsspeicher aufgerüstet. Ist aber eine andere Story. Jedenfalls, diese Thinkpads sind ziemlich dünn, was an sich für die Benutzung echt cool ist, aber sie sind auch nicht mehr so wartungsfreundlich wie früher. Wie gesagt, früher ein, zwei Schrauben. Bei den Thinkpads ist es jetzt so, es gab auf der Rückseite exakt acht Schrauben. Das ist kein Problem, das war glaube ich einfach ein ganz kleiner Philips, da habe ich einen daheim gehabt, habt ihr bestimmt auch. Dann ist es allerdings so, dass das Notebook, man sieht es auch in der Bedienungsanleitung der Thinkpads ganz gut, ziemlich viele Clips ganz außenrum ins Gehäuse gibt und diese Clips machen einem das Leben unglaublich schwer. Also ich habe es schon mal von einem Thinkpad, von meinem eigenen hinteren Komponenten getauscht und man muss im Wesentlichen, ich habe dann jetzt ein Kunststoffbleck drum genommen, also zum Gitarrespielen zum Teil, das habe ich mir irgendwann mal bestellt, um eben Notebooks und Smartphones zu reparieren, bin ich eben rein und habe mir auch schon Videos angeschaut und man muss immer drum herumfahren, in den Spalt rein und muss gucken, dass diese ganzen Häkchen, diese Plastikhaken, die drin sind, rausgedrückt werden, dass es quasi rausspringt und das einmal ringsrum um das ganze Gehäuse, bis man dann den Gehäuserrücksal abnehmen kann. Das Ganze hat mir über eine Stunde meines Lebens gekostet und ich habe bei der ganzen Prozedur bestimmt schon vier solche Plastikhaken abgebrochen, obwohl ich sehr vorsichtig war. Wie gesagt, abnehme der Rückseite eine Stunde. Ich habe sowas schon öfters gemacht. Einfach furchtbar. Ich glaube, es ist so designt, dass man es nicht schafft, ohne es kaputt zu machen. Ich kann es mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Ist aber kein Problem, dafür sind ja Schrauben vorhanden. Ich habe dann die Rückseite eben, wie gesagt, eine Stunde abgenommen und ich zeige es euch auch mal, wie das Innere ausschaut, das Thinkpad. Man sieht quasi hier in dem Aluminiumteil ist der Arbeitsspeicher verbaut, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Wenn ich das Bild jetzt richtig rum einblende, ist links die kleine verbaute SSD, die ist glaube ich 22 mm auf 40 mm. Ja genau. Und die, wo ich einbauen möchte, die ist dann rechts, da steht dann auch SSD 2 oder sowas drauf, auf dem Mainboard schon. Das ist dann, ich glaube, 22 x 80 mm SSD. Die habe ich auch gekauft. Ich speziell habe jetzt hier die Samsung 970 EVO Plus geholt mit einem Terabyte. Kann ich euch unten verlinken, falls es euch interessiert. Spoiler, an sich sollte sie dem Thinkpad passen. Wie gesagt, sollte. Und ich rede schon viel zu viel über das Fachliche. Ich habe sie dann eingebaut, kein Problem, man schiebt sie rein, Schraube, Zuschrauben, Notebook wieder zumindest den Deckel drauf, aber nicht festgeklipst. Habe es angeschalten. Bin ins BIOS und wollte schauen, ob die SSD erkannt wird. Ich habe die Festplatten nicht mal im BIOS gefunden. Das liegt aber daran, dass es einfach anders aussieht, als ich es gewohnt bin. Ich bin auch so ein ganz altes, graues BIOS gewohnt und da konnte man sogar mit der Maus steuern, ganz ausgefallen. Ich kam mich zuerst nicht zurecht, bin dann aber mal ins Windows gegangen und habe tatsächlich die Festplatte nicht entdeckt. Das ist eigentlich auch normal. Dafür muss man dann in die Datenträgerverwaltung gehen. Wenn euch das mal interessiert, das ist Schlagwort Datenträgerverwaltung, so heißt es bei Windows 10. Da muss man reingehen und muss die normal erst noch einrichten. Aber die Festplatte war nach dem Einbau nicht aufwendbar. Also ich war jetzt schon ungefähr eineinhalb Stunden drüber, nur mit Einbau und Gucken, dass ich die Festplatte irgendwie finde im Betriebssystem. Habe sie nicht gefunden. Habe dabei das Notebook bestimmt drei, vier, fünf Mal ausgeschalten, angeschalten. Ich habe es nicht gefunden. Dann war ich verwundet, weil ich war davon überzeugt, dass die Festplatte kompatibel ist. Man ist ja davon sich überzeugt, wenn man es schon mal gemacht hat. Man kann natürlich auch kolossal falsch liegen. Jedenfalls. Ich erinnere mich gerade noch, weil es eben erst ein paar Stunden her ist. Furchtbar. Was macht man dann, wenn man nicht weiter weiß und man niemanden kennt, der es aus dem Stehgreif jetzt besser weiß, wo einem einfällt zumindest? Man ruft beim Support an. Sodass ich direkt nach ungefähr sechs, sieben, acht Minuten Warteschleife einen Mitarbeiter getragen gehabt habe. Dem habe ich meine Frage gestellt. Der hat auch die Seriennummern und alles angenommen. Und mitten im Reden war er auf einmal aufgelegt. War einfach weg. Ja, ja. Dann warte ich so. Fünf Minuten, vielleicht auch zehn. Er ruft nicht mehr zurück. Was macht man dann? Man ruft nochmal den Support an. Und nach ungefähr so sechs, sieben Minuten wie der Wartezeit war dann eine Frau dran, die eine sehr nette Kundendienstlehrerin war von Lenovo oder von ThinkPad oder von IBM oder keine Ahnung. Hat, muss ich auch hervorheben, gutes Deutsch gesprochen. Habe sie gut verstanden. War wahrscheinlich Deutsche. Auf jeden Fall habe ich ihr mein Problem geschildert. Und dann hat sie erst mal so gemeint, so hmm, wie groß ist denn die SSD? Ja, ein Terabyte. In diesem Slot ist auch vorgesehen vom Hersteller. Steht auch in der Anleitung. Sollte ja eigentlich erst mal funktionieren, was so der Gedanke. Dann hat sie gemeint, ich soll so eine Nummer durchgeben, die Seriennummer der SSD. Dann hat sie gemeint, ja, diese SSD ist nicht unter den kompatiblen SSDs aufgelistet. Normalerweise müsste das trotzdem funktionieren, aber sie können es natürlich nicht garantieren. Und sie würde mir raten, die SSD zurückzuschicken. Hat mir aber auch gesagt, ich soll nochmal ins Lenovo Vantage schauen. Das ist von Lenovo so eine Wartungssoftware, wo man Treiber und Co. installieren kann. Also gut, das Ganze hat eine halbe Stunde gedauert, weil wir diverse Punkte durchgegangen sind, woran es denn alles gescheitert haben könnte. Und ja, habe Lenovo Vantage auf dem Rechner gezogen oder war glaube ich schon vorinstalliert. Habe dann mal alle Treiber geupdatet und habe gesehen, für das Notebook ist ein BIOS-Update verfügbar. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr tut und BIOS-Update irgendwie machen solltet, tut es nicht. Es geht meistens schief und ist ein bisschen riskanter. Mal ganz grob gesagt, BIOS ist auf der Hauptplatine eures Rechners, auf dem Mainboard, fest verankert. Und das sorgt dafür, dass der Rechner überhaupt erst mal, wenn man auf Start drückt, eine gewisse Startroutine ausgeführt wird, bevor man überhaupt irgendwie Richtung Betriebssystem kommt. Und wenn das kaputt ist, dann geht gar nichts mehr. Dann braucht ihr quasi ein neues Notebook, weil einzelne Notebook-Mainboards, also Hauptplatinen, kriegt man so in der Regel nicht her. Zumindest nicht zu einem Preis, wo man sich nicht auch ein neues Notebook kaufen könnte. Also immer vorsichtig mit BIOS-Update sein. Mein Gedanke war jetzt aber auch, das Notebook ist von 2020, die SSD von 2021 und es handelt sich bei der Samsung SSD um einen PCI Express 3.0 X4 NVMe-Schnittstellen-Steckplatz in der Version NVMe 1.3. Mein Gedanke war, vielleicht gab es das einfach noch nicht, oder kannte das das ThinkPad einfach noch nicht bei Auslieferung. Hab trotzdem mein BIOS-Update drauf gezogen, hoch riskant wie gesagt. Ich hab ungefähr 10 Minuten gezittert und als dann wieder der ganz normale Lenovo Bootscreen kam, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, dass das Update erfolgreich war. Ich gehe ins BIOS, wusste inzwischen, wo man da die Datenträger findet und finde wieder bloß den ab Werk verbauten Western Digital Datenträger. Enttäuschung. Und vorm Mittagessen habe ich noch einen Anruf durchgeführt, denn ich war mir wirklich sicher, dass die Samsung SSD kompatibel sein müsste. Wie gesagt, ich spreche hier immer im Konjunktiv. Ihr könnt euch vielleicht denken, wieso. Jedenfalls. Ich habe da noch einen weiteren Anruf getätigt, und zwar nicht mehr bei Lenovo, sondern bei Samsung. Denn das Fazit von Lenovo war ja wie gesagt, dass die Festplatte eventuell nicht kompatibel ist. Die hat mir auch eine Liste geschickt mit kompatiblen Geräten, mit kompatiblen SSDs von Lenovo. Das waren alles Lenovo SSDs. Und die SSDs haben alle 200 Euro mehr gekostet. Also zum Vergleich, die Samsung habe ich für einen 100er bekommen und sollte vollkommen ausreichen für meine Zwecke. Also jedenfalls habe ich bei Samsung angerufen. Hier habe ich eine Nummer gefunden, die sich direkt mit SSDs beziehungsweise Hard Drive auseinandersetzt. Ich habe einfach bei Support-Kontakten irgendwo auf der Seite von Samsung geschaut. Habe die Nummer gefunden. Und ich habe tatsächlich keine Warteschleife gehabt. Ich habe, glaube ich, nur Fragen, also eine Zahl eintippen müssen, um was es sich handelt, ob es sich um Festplatten handelt oder um irgendwas anderes. Und zack, wurde sich durchgestellt. Wieder eine sehr nette Dame, auch gut Deutsch gesprochen, wahrscheinlich auch wieder Muttersprachlerin. Das finde ich bei Support immer besonders zu erwähnen, weil ich hatte speziell bei Microsoft schon heftige Verständnisprobleme, was die Sprache angeht. Also da war alles bei Samsung und Lenovo top. Habe ich mein Problem wieder geschildert und die Frau hat dann auch geprüft in der Komplettibilitätsliste von Samsung und war der Auffassung, es müsste passen. Sie kann sich nicht vorstellen, wieso das nicht funktioniert. Das war ja schon mal für mich eine tolle Bestätigung. Nichtsdestotrotz hilft es ja nichts, dass es nicht funktioniert. Dann hat sie gemeint, ich könnte doch mal in einen anderen Slot des Notebooks die SSD stecken und gucken, ob es in einem anderen Slot funktioniert, also ob es an einem Slot liegt. Problem ist aber, dass der verbauten Slot von dem Notebook ein 40mm Slot ist. Da passt keine 80mm SSD baugrössentechnisch ein. Ich zeige euch hier nochmal das Bild. Ich kann sie nicht tauschen, ich kann sie nicht testen, ändern. Dann hat sie gemeint, ja, wenn ich kein anderes Notebook habe, ich könnte mir von einem Freund ein Notebook ausleihen und könnte da mal die SSD verbauen, um zu testen, ob es an der SSD liegt. Und wenn es dann an der SSD liegt, dass die nicht geht, dann soll ich sie zurückschicken, ich kriege eine neue. Und wenn sich der Händler irgendwie Probleme macht, würde Samsung selbst sich auch darum kümmern, dass diese SSD zurückgenommen wird und ich dann ein Ersatzgerät bekomme. Soweit schon mal tolles Serviceangebot, aber furchtbare Umsetzung im Sinne von, ich soll mir von einem Kollegen ein Notebook leihen. Also bei mir, wie gesagt, riesen Orisette, es überhaupt aufzubekommen. Es brechen dabei Nasen ab, es wieder zusammenzubekommen, dass es wieder so ist wie vorher. Quasi unmöglich bei den meisten Notebooks. Dementsprechend, wenn man sich was von einem Freund ausleiht, für diesen Sinnzweck, hat man danach eventuell einen Freund weniger. Wollte ich nochmal so sagen. Ja, habe gemeint, das geht nicht. Hat sie gemeint, ja, dann sollte ich es einfach zurücksenden. Da liegt es wahrscheinlich an der SSD. So, dann Mittagessen, Pause. Wie gesagt, an diesem Zeitpunkt waren ungefähr drei Stunden vergangen. Und nach dem Mittagessen hatte ich neue Energie und ich wollte eigentlich die SSD ausbauen und zurückschicken. Wollte dann schauen im Internet, ob es in irgendeinem Forum andere Menschen gibt, die schon mal eine zweite SSD verbaut haben bei dem Notebook und Erfolg hatten, damit ich einfach dieses Modell nachbestellen kann. Weil vielleicht liegt es echt am Modell. Was ich noch nicht erzählt hatte, ist, ich habe ja gemeint, ich habe sie nicht mehr ganz zusammengebaut, das Notebook, natürlich, um zu testen, Funktionstest und Co. aber, wenn man den Akku deaktiviert, um eben Teile am Rechner zu tauschen, dann geht er erst wieder an, wenn man etwas in den USB-C-Slot einsteckt, also quasi das Ladegerät in den USB-C-Slot einsteckt. Und damit er da wieder reingepasst hat, muss ich natürlich das Gehäuse jetzt wieder zumachen. Denn ich musste das Notebook jetzt zum einen auf den Tisch stellen, dementsprechend brauche ich die Unterschale, muss aber auch ein Ladekabel einstecken, deshalb muss es eingerastet sein an dieser Stelle. Beim Einrasten ist es natürlich an einigen anderen Stellen eingerastet und war Mist. Dementsprechend musste ich wieder mit dem Kunststoffbleck drum einige Stellen aufmachen. Dabei sind wieder ein paar Kunststoffnasen abgebrochen und ja, ich hatte es offen. Dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich habe das Notebook nochmal aufgemacht, musste ich sowieso machen, um die SSD wieder rauszuholen. Ich habe die SSD raus und da kam mir der Gedanke, ich habe ein BIOS-Update gemacht. Was ist, wenn man nach dem BIOS-Update die SSD mal ausstecken muss und wieder einstecken muss, damit es dann vielleicht doch die SSD annimmt? Dass es quasi erst bei einer Änderung der Hardware feststellt oder prüft, ob das denn passt. Irrwitzige Idee könnte falsch sein, war mein Gedanke. Jedenfalls habe ich sie dann wieder reingesteckt. Hatte dann den Eindruck, ich habe sie ein bisschen fester reingesteckt, zumal ich der Auffassung war, man kann sie eigentlich nicht zu wenig reinstecken, denn hinten muss man sie ja mit einer Schraube fixieren und die kriegt man ja gar nicht rein, wenn die SSD nicht weit genug reingeschoben ist. Trotzdem hatte ich den Eindruck, ich habe sie jetzt ein bisschen weiter reingeschoben. Dann wieder, same procedure as every day, as every time I change something in der Notebook, wenn ich es mal im schlechten Englisch sagen kann. Ich musste es wieder beim USB-C-Slot einrasten, dabei sind wieder ein paar Sachen eingerastet, die nicht einrasten sollen. Habe das Notebook gestartet, bin in Spios, wo ich inzwischen wusste, wo ich nachschauen kann, ob die Datenträger erkannt werden und siehe da, im NVMe1-Port wird auf einmal eine 1TB Samsung-SSD erkannt. Das kommt daher NVMe1, weil im NVMe0-Port halt die vom Hersteller verbaute, in dem Fall Western Digital-Festplatte steckt, falls es jemand interessiert. Also in dem Fall ist im Lenovo Notebook eine WD-Festplatte am Werk verbaut. Und da war ich baff. Ich bin so ein bisschen vom Glauben abgefallen, habe mich aber auch gefreut, als wenn es so ein bisschen Weihnachten wäre, weil ich habe jetzt drei Stunden plus eher dreieinhalb Stunden daran gesessen und auf einmal wird was erkannt. Das war ein riesen Fortschritt zu vorher und da habe ich auch irritiert, denn ich habe ja mit Lenovo und mit Samsung-Support bereits geredet und habe das eigentlich schon ein bisschen abgeschrieben gehabt. Konnte es nicht glauben, bin dann aber in die Datenträgerverwaltung, muss den Datenträger einbinden, also die SSD und muss sie formatieren, in meinem Fall auf NTFS, weil das bestimmt gut ist für Windows und eine Terabyte SSD. So sind zumindest meine Erfahrungen, ich bin jetzt nicht der größte Experte, hatte aber noch nie Probleme. Auf einmal hat es mir die SSD angezeigt und ich konnte Dateien draufkopieren, Dateien davon löschen, und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, also könnt ihr euch gar nicht glauben. Jedoch hat mich das Ganze ein bisschen verwunderlich gestimmt. Woran lag es denn jetzt? Liegt es daran, dass ich die SSD einfach nicht weit genug reingesteckt habe und sie nicht erkannt wurde? Oder liegt es tatsächlich daran, dass ich ein BIOS-Update gemacht habe und sie nach dem BIOS-Update nochmal raus und wieder reinstecken muss? Und Leute, ich habe keine Ahnung. Ich kann euch jedenfalls sagen, in meinem Falle hat es funktioniert. Ein ThinkPad E15 zweiter Generation mit AMD-Prozessor, muss man auch dazu sagen, die unterscheiden sich auch nochmal. Kompatibel ist mit der Samsung 970 EVO Plus, 1 Terabyte. Wie gesagt, ich verlinke sie euch unten, ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen genau ausspricht. Dass die kompatibel sind scheinbar, auch wenn Lenovo nicht sagt, dass sie kompatibel sind und die Samsung-Support der Meinung war, vielleicht ist die SSD kaputt. Interessant, dass mir niemand vorgeschlagen hat, mal ein BIOS-Update zu machen vielleicht. Ja, jedenfalls, es hat funktioniert und ich war und bin mega happy. Ich musste das Notebook dann noch zusammenbauen und da gibt es noch einen kleinen Fail, weil es wäre sonst viel zu einfach. Also an dieser Stelle sind wir jetzt ungefähr vier Stunden beim reinen Tausch, eine Stunde vorher Recherche und habe ich dann alles wieder zugeklipst, habe die acht Schrauben zugemacht und ich bin echt zufrieden. Also nachdem ich die acht Schrauben zugemacht hatte, war alles bündig und das, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon fünf Kunststoffclips im Gehäuse abgebrochen habe. Das waren alles immer so kleine Kunststoffclips. Ich habe davon, glaube ich, kein Foto gemacht, aber fühlt sich echt mies an, wenn man irgendwas aufmacht am Notebook und dann bricht was weg. Das ist so furchtbar. Aber lässt sich bei den aktuellen Thinkpads scheinbar nicht vermeiden. Ist bei meinem Tausch damals vom Arbeitsspeicher auch schon passiert, dass ein paar so kleine Kunststoffnasen weggebrochen sind. Bei mir knarzt es aber jetzt inzwischen ein bisschen. Aber beim Notebook von meinen Eltern jetzt, das ich getauscht habe, den Speicher, war, nachdem die Schrauben zu sind, alles schön fest. Aber, als ich dann das Notebook wieder umdrehen wollte, rasselt was im Notebook. Es wäre es uns viel so leicht, wenn es einfach funktionieren würde. Und dann hatte ich zwei Vermutungen. Die Schrauben sind einmal gesichert mit so Ringen, so dass man, wenn man die Schrauben aufdreht, die Schrauben nicht aus dem Gehäuse fallen. Aber da ist immer unten noch so ein kleiner Ring dran, der halt die Schrauben festhält, dass sie halt nicht rausfallen. Und was ist, wenn ich beim Aufdrehen eine Schraube so weit gedreht habe, dass dieser Ring runtergefallen ist ins Gehäuse. Und Leute, ein Metallring auf einer Platine, das macht sich nicht gut. Zweite Vermutung war, eine Kunststoffnase, die einfach abgebrochen ist, nur bewegt sich in dem Notebook halt trotzdem noch ein Radiallüfter. Und da ist es halt auch ziemlich mies. Es könnte auch ein Axiallüfter sein, was weiß ich von Lüftern. Ich glaube, es ist ein Radiallüfter. Unwichtig. Jedenfalls, da könnte auch was reinkommen und es könnte was am Lüfter kaputt machen. Also musste ich nochmal alle Schrauben rausnehmen, das war nicht das Thema. Aber ich musste auch alle Klipse wieder aufmachen. Alle. Aber, wenn wir ein paar rausgebrochen sind, dauert es nur eine Minute. Und da hatte ich es wieder offen, nach einer Minute. Und tatsächlich, es war noch eine einzelne Kunststoffnase drin. Hab dann nochmal gecheckt, dass bei Allnachtschrauben auch diese Ringe dranhängen. Waren alle noch dran, alles gut, nichts ist rumgeflogen. Hab ich nochmal kurz geschüttelt, es ist nichts mehr rausgefallen, alles fest. Und dann hab ich ihn mal wieder zugeklipst, zugeschraubt und gecheckt, dass alle Spalten weg sind, dass alles fest ist und es sieht solide aus, das Notebook. Also, bei meinem Thinkpad T405 heißt das Teil, das ich habe, auch mit AMD-Prozessor, da sind bleibende Spalte, die auch nicht mehr zugehen, weil halt ungünstig Nasen weggebrochen sind, wo keine Schrauben waren. Bei dem Thinkpad E15 zweiter Generation ist es halt so, die acht Schrauben sind so platziert, dass alles trotzdem gleichmäßig angepresst wird und es fällt überhaupt nicht auf, dass da jetzt acht Nasen weg sind. Man könnte vielleicht sogar so weit gehen, dass die acht Gramm, die die SSD wiegt, durch den jetzt rausgebrochenen Kunststoff kompliziert werden. Ne, kleiner Spaß, Bullshit. Oh, kann man das noch monetarisieren? Die allermeisten schauen doch bestimmt nicht so weit, oder? Wenn doch, lasst gerne ein Like da. Aber jedenfalls. Ich hab's dazu gehabt, war erstaunt, wie viel besser das Thinkpad E15 verarbeitet ist von 2020, also mein Thinkpad T495, das Doppelte kostet von 2019. Hab den Rechner angeschaltet und es funktioniert. Ja, abschließend kann ich sagen, obwohl es einfach ein riesen Aufreger für mich war, um es mal gelinde gesagt auszudrücken, bin ich froh, dass ich es geschafft hab und tatsächlich hatte ich noch nie so ein Problem. Dementsprechend wollte ich das einfach mit euch teilen. Ich war auch heute im Laufe des Tages mal sehr emotional, mal richtig, ich will keine Kraftausdrücker verwenden, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. War schlecht gelaunt, war zickig und als es dann funktioniert hat, war ich einfach unglaublich happy und ja, also was ist mein Rat an dieser Stelle von euch? Wenn ihr ein Thinkpad E15 zweiter Generation habt, funktioniert es mit dieser SSD, die ich euch unten verlinke natürlich, aber es läuft nicht immer alles glatt und auch wenn man auf YouTube immer wieder Tutorials sieht, so einfach ist es halt meist trotzdem nicht und die meisten Leute zeigen halt auch nicht die Fehler, die einem passieren können und dementsprechend, wenn man das jetzt vor so einem Fehler steht, dann ist man aufgeschmissen, also ich habe mich heute echt schon so ein bisschen aufgeschmissen gefühlt, ich wäre an dem Punkt gewesen, ich hätte die SSD zurückschicken müssen, falls ich sie überhaupt hätte zurückschicken können, denn mit so Platinen, die man direkt in den Notebook steckt, ist es immer so eine Sache, was Rücknahme angeht und sowas, ich bin mir nicht sicher, ob das so ohne weiteres funktioniert hätte, war auf jeden Fall ein denkwürdiger Tag für mich, wo ich beinahe bitterböse versagt hätte, ja, wollte ich euch jedenfalls mal mit euch teilen, in dieser Geschichte. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann herzlichen Dank fürs Zuhören, wenn ihr ähnliche Odyssees mal hattet, beziehungsweise wenn euch das gefällt, einfach mal so ein bisschen eine abendliche, entspannte Storytime, wo man vielleicht auch einfach mal nebenher hören kann, wenn euch das gefällt, könnt ihr mir das gerne als Kommentar schreiben, aber auch wenn ihr mal ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wie gesagt, für mich war das heute einfach furchtbar, aber ihr seht, ich kann inzwischen drüber lachen und es läuft auch alles, dementsprechend toi toi toi. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.